na auf jeden fall bin ich hier glaube ich richtig erinnert ihr euch noch als die st louis noch von dem reichweiten upgrade des skills dieses einen profitiert hatte das war zwar gar nicht op damals natürlich technical bg so war den ersten raus natürlich haben wir den gesamt aber so was man gesagt er sinkt jetzt gar nicht mehr war ein bisschen hier krieg ich den torpedo mit gott sei dank ausgelaufen ja so ich kann ja weit genug schießen ist ja alles kein thema okay gleich löschen Kenn ich nix Kubikase Jawohl, erstmal auf die D&Ds Natürlich wieder Brand Wie sollte es auch anders sein Wow Treff ich eigentlich oder Hau ich hier nur Löcher ins Wasser Na also, geht doch So Das Feuer Das lass ich mal Ausbrennen Merkwürdig Merkwürdiges Schiff hier Na also, er brennt Kannste löschen Ich weiß es nicht Wir wechseln mal das Ziel Ich glaube, er kann nicht löschen Der fährt Weg Na endlich haben wir mal volle Breitseite Also Also Jetzt haben wir ihn aber Sehr gut Na, weg ist So Na, komm Oh, Penetration Ich penetriere gerne Wir schanken Enemy Destroyer So Alles gut Na gut Was man ganz gut sieht Und sich antrainieren kann Dafür ist die St. Louis ganz praktisch Für den Einsteigerbereich ist Ihr seht unten links Da wo die Kanonen sind Und die Seerose Den Unterschied zwischen Orange und Grün Bei den Kanonen Grün heißt halt Die Kanonen können drauf wirken Hör doch mal auf die ganze Zeit Tiki Taka zu machen Ich kann dich ja so gar nicht treffen Unterstützer Wenn du zu Nein, 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 nein Beechst du, Weymouth? Ich glaube, du beechst. Ist aber schade. Habe ich da ja Angst hinzuschießen? Ich kenne ja meinen eigenen Treffen hier. Guck mal. Da sterbe ich jetzt endlich mal. Red Tiger, hallo. Herzlich willkommen und danke für deinen Host. Wie du und deine Zuschauer jetzt vielleicht gerade feststellen. Wir spielen heute mal ein paar ungewöhnlichere Schiffe. Oder Schiffe, die ich ansonsten selten auch spiele, während ich streame. Da hatten wir gerade Ismiss und jetzt haben wir die Senduji. Also. Aber keine Angst. Ich gehe nachher auch ein bisschen höher in den Tierbereichen. Aber es ist ja mal ganz angenehm. Vielleicht für die Leute, die auch neu bei dem Spiel hier sind. Das alles mal zu sehen. Mit Schiffen, die man vielleicht auch selber hat. Anstatt. Die ganze Zeit, die Amatos, Montana, Kurfürst Gameplays zu sehen. Und das Schiff hat man gar nicht. Drei. Ah, doch nicht meins. Na gut. Ist tu TV. Moin. So. Und für was die St. Louis sehr gut ist. Hallo. Mal. Ja, ja. Das haben wir gut. Das haben wir sogar abgeschlossen. Sehr schön. Mal so 30 Flaggen abgeholt. Unterstützer. Marke. Buskaliber. So. Es sind 30 Fähnchen. 30 Signale. Mit einem Spiel. Was hatte ich drauf? Zwei oder drei Signale. Wenn überhaupt. Also 28 Signale plus gemacht. Wow. Also. St. Louis OP. Das heißt OP. Also es ist. Ist ein schönes kleines Schiffchen. Ich bin schön. Ich bin schön. Ich bin schön. Ich bin schön. Ich bin schön.